Neues Gespräch. Hallo. Ich heiße Michael. Wie heißt du? Hallo Michael. Mein Name ist Mary. Bist du zum ersten Mal in der Schule? Ja. Ich bin zum ersten Mal hier. Ich bin sehr aufgeregt. Anfangs war ich auch sehr aufgeregt. Aber dann habe ich mich daran gewöhnt. In welcher Klasse bist du? Ich bin in der zweiten Klasse. In welcher Klasse bist du? Ich bin auch in der zweiten Klasse. Wie schön. Wir sind Klassenkameraden. Wirklich? Das sind gute Neuigkeiten. Ist du in der Schule zu Mittag? Ja. Meine Mutter hat mir gesagt, ich solle in der Schule zu Mittag essen. Ich esse auch in der Schule. Das Essen ist normalerweise köstlich. Ich esse auch gerne. Was ist dein Lieblingsessen? Ich liebe Pasta. Was ist mit dir? Ich mag auch Pasta. Aber am liebsten mag ich Hühnchen. Hühnchengericht ist auch sehr gut. Welches Thema gefällt dir am besten? Am besten gefällt mir der Malkurs. Weil es sehr bunt und lustig ist, was ist deine Lieblingslektion? Ich mag auch den Malunterricht. Aber am meisten gefällt mir der Türkischunterricht. Auch der Türkischunterricht ist sehr gut. Besonders gerne höre ich Märchen. Ich höre auch gerne Märchen. Was ist ihr Lieblingsmärchen? Mein Lieblingsmärchen ist Rotkäppchen. Was ist also ihr Lieblingsmärchen? Mein Lieblingsmärchen ist Ali Baba und die 40 Räuber. Es ist eine sehr spannende Geschichte. Ja, ich liebe diese Geschichte auch. Was machst du gerne auf dem Schulhof? Am liebsten spiele ich Ball. In Ordnung und du? Ich spiele auch gerne Ball. Am liebsten mag ich jedoch das Springseilspiel. Ich habe noch nie versucht, Seil zu springen. Dann kann ich dir eines Tages das Seilspringen beibringen. Wirklich? Es wäre toll. Ich bin mir sicher, dass es eine Menge Spaß machen wird. Was machst du also nach der Schule? Normalerweise mache ich meine Hausaufgaben zu Hause und spiele dann ein wenig. Meistens mache ich das Gleiche. Vielleicht können wir die Hausaufgaben gemeinsam machen? Das ist eine gute Idee. Dann sehen wir uns morgen in der Schule. Mary. Neues Gespräch. Hallo Meriem. Wie geht es dir heute? Mir geht es gut. Danke. In Ordnung und du? Ich bin auch gut. Sind Sie bereit für das Projekttreffen? Ja, ich bin es. Haben Sie Ihre Rolle abgeschlossen? Fast ich muss mir nur ein paar Zahlen ansehen. Super. Lass uns gemeinsam die Details besprechen. Klar. Die Daten sind hier. Perfekt. Was steht als erster Punkt auf der Tagesordnung? Wir müssen die Budgetzuweisung besprechen. Okay. Ich habe einige Vorschläge dazu. Gut zu hören. Lassen Sie uns Ihre Ideen hören. Erstens müssen wir mehr Ressourcen für das Marketing bereitstellen. Ich stimme zu. Das ist wichtig für unsere Werbung. Wir sollten auch darüber nachdenken, die Reisekosten zu senken. Das macht Sinn. Wir können mehr Online-Meetings abhalten. Definitiv. Es ist kostengünstiger. Was ist der nächste Punkt auf der Liste? Wir müssen Fristen für Aufgaben festlegen. Natürlich wollen wir nicht hinter dem Zeitplan zurückbleiben. Unser Ziel ist es, die Forschung bis zum nächsten Monat abzuschließen. Klingt vernünftig. Ich werde die Zeitleiste aktualisieren. Danke Michael. Du machst einen guten Job. Danke Maria. Teamwag ist sehr wichtig für den Erfolg. Definitiv. Wir sind ein tolles Team. Neues Gespräch. Hallo Mary. Wie läuft dein Tag? Nicht schlecht. Michael. Und bei dir? Er war sehr beschäftigt. Ich habe heute viele Besprechungen. Das gleiche gilt hier. Den ganzen Tag über aufeinander folgende Meetings. Haben Sie schon das neue Salatbuffet in der Cafeteria ausprobiert? Noch nicht. Ist das eine gute Sache? Es ist tatsächlich wirklich frisch und lecker. Du solltest es versuchen. Ich schaue es mir dann beim Mittagessen an. Apropos Mittagessen. Möchten Sie mit mir einen Snack essen? Klar. Das hört sich gut an. Was machst du? Ich dachte darüber nach, mir ein Sandwich vom Feinkostladen zu holen. Hört sich gut an. Treffen wir uns dort in 10 Minuten. Perfekt. Wir sehen uns dort. Hallo Michael. Ich sehe, du hast dein Sandwich. Ja. Ich konnte es kaum erwarten. Was möchtest du? Ich nehme bitte ein Trutan Avocado Sandwich. Ich verstehe etwas zu trinken. Nur eine Flasche Wasser, danke. Natürlich. Lass uns einen Tisch am Fenster bekommen. Schöne Klänge. Haben Sie schon von dem bevorstehenden Projekt gehört? Ja. Habe ich. Es wird ein großes Ereignis, nicht wahr? Es wird auf jeden Fall viel Planung und Koordination erfordern. Ich denke jedoch, dass wir für diese schwierige Herausforderung bereit sind. Stimmen Sie zu. Unser Team ist ziemlich talentiert. Übrigens. Haben Sie den neuen Büroumbau gesehen? Noch nicht. Ich bin mit der Arbeitsbelastung überfordert. Wie sieht es aus? Sie haben einen tollen Job gemacht. Es ist jetzt viel moderner und geräumiger. Das ist sehr aufregend. Ich muss es bei Gelegenheit mal ausprobieren. Auf jeden Fall. Und Sie haben auch einen neuen Lung-G-Bereich hinzugefügt. Schön. In den Pausen steht uns ein gemütlicher Ruhebereich zur Verfügung. Ich dachte, das würde dir gefallen. Wie auch immer. Lasst uns unser Mittagessen genießen. Ich stimme zu. Danke für die Einladung, Michael. Neues Gespräch. Guten Morgen Maria. Wie geht es dir heute? Guten Morgen Michael. Mir geht's gut. Danke. In Ordnung und du? Mir geht's gut. Danke. Lassen Sie uns also das Software-Projekt besprechen. Was sind unsere Fortschritte? Ja. Wir haben die erste Design-Phase abgeschlossen. Wir sind jetzt in der Entwicklungsphase. Das sind gute Nachrichten. Wie geht es dem Entwicklungsteam? Sie arbeiten hart und halten Termine ein. Wir haben ein engagiertes Team. Großartig. Gab es bisher irgendwelche Schwierigkeiten? Ja. Wir hatten einige Kompatibilitätsprobleme. Aber das Team hat sie schnell gelöst. Gut zu hören. Was ist unser nächster Meilenstein? Wir sollten die Kodierung bis Ende dieses Monats abschließen und nächsten Monat mit dem Testen. Beginnen. Es sieht aus wie ein Plan. Sorgen wir dafür, dass wir auf dem richtigen Weg bleiben. Ich akzeptiere Michael. Wir werden uns nächste Woche wieder treffen. Um über den Fortschritt zu berichten. Ich wünsche Ihnen einen produktiven Tag. Du auch. Du auch. Michael. Tschüss. Neues Gespräch. Guten Morgen Maria. Guten Morgen Michael. Wie war Ihr Weg zur Arbeit? Es verlief ziemlich reibungslos. Danke. Und bei dir? Gleicher Weg. Ich habe ausnahmsweise Platz im Zug. Gut zu hören. Gibt es wichtige Entwicklungen bezüglich des Projekts? Ja wirklich. Greenway Corp. Er stimmte unserem Angebot zu. Das ist toll. Wann werden wir voraussichtlich damit beginnen? Nächste Woche wollen Sie loslegen. Nächste Woche? Das ist etwas früh. Hmm. Haben Sie die notwendigen Details und Daten bereitgestellt? Ja. Ich habe eine E-Mail mit allen notwendigen Details erhalten und werde sie heute überprüfen. Okay. Stellen Sie sicher, dass wir alle Ihre Anforderungen vollständig verstehen. Damit wir richtig planen können. Natürlich Jane. Ich werde die E-Mail sorgfältig durchgehen. Guten Morgen mein Baby. Wie ist Smiths Projekt? Irgendein Fortschritt? Smiths Projekt kommt gut voran. Ihnen gefällt unser Designkonzept und Sie sind bereit für die Entwicklung. Wunderbar. Informieren Sie mich über beide Projekte. Definitiv. Definitiv. Neues Gespräch. Hallo Mary. Wie fühlen Sie sich? Hallo Michael. Ehrlich gesagt bin ich etwas nervös. Mach dir keine Sorgen, Mary. Die Ärzte hier sind sehr gut. Wie sieht das Problem aus? Ich habe seit zwei Tagen Kopfschmerzen und es wird immer schlimmer. Das hört sich nicht sehr gut an. Haben Sie noch keinen Arzt aufgesucht? Ja. Heute Morgen hat Dr. Ich habe Smith gesehen. Er sagte, ich bräuchte vielleicht ein paar Tests. Ich hoffe jedenfalls, dass es nichts Ernstes ist. Kann ich irgendetwas tun, um zu helfen? Danke Michael. Es ist beruhigend, dich hier zu haben. Gern geschehen. Mary. Wir sind Freunde und Freunde unterstützen uns gegenseitig. Neuer Vortrag. Was für ein wunderschöner Tag in Deutschland. Ja. Das Wetter ist perfekt zum Erkunden. Waren Sie schon einmal in Deutschland? Nein. Das ist mein erstes Mal. Ich bin sehr aufgeregt. Sie werden sich verwöhnen lassen. Deutschland hat viel zu bieten. Erzähl mir mehr. Was soll ich sehen? Besuchen Sie unbedingt das Brandenburger Tor in Berlin. Ich habe gehört, dass es eine Ikone ist was sonst. Berliner Mauer, Reichstagsgebäude und Museumsinsel. Das sieht nach einem Tag voller Besichtigungen aus. Das ist es. Aber es lohnt sich. Was ist mit Essen? Gibt es lokale Gerichte, die ich probieren sollte? Sie sollten Schnitzel und Sauerkraut essen. Ich liebe es, neue Lebensmittel auszuprobieren. Was sonst? Vergessen Sie nicht die Bagels, die Bratwurst und das Bier. Das werde ich nicht. Wie ist es außerhalb Berlins? München ist ein Muss. Wenn möglich. Oktoberfest. Ich wollte schon immer das Oktoberfest erleben. Das ist eine Explosion. Tanz, Musik und jede Menge Bier. Ich werde darauf achten, mein Tempo einzuhalten. Gute Idee. Wie lange bleiben Sie in Deutschland? Ich habe zwei Wochen Zeit zum Erkunden. Perfekt. Dann kann man viel sehen. Wo ist Ihr Lieblingsort in Deutschland? Es ist schwer. Aber ich liebe Bayern und den Schwarzwald. Der Schwarzwald klingt geheimnisvoll. Ein wunderschöner Wald mit Kuckuckshuren und Kuchen. Kuckuckshuren? Ich würde diese gerne sehen. Sie sind einzigartig. Diese finden Sie in Souvenirläden. Ich werde nach einem Ausschau halten. Was ist mit dir? Was führt sie nach Deutschland? Ich begab mich auf ein Solo-Abenteuer und erkundete Europa. Das ist sehr mutig. Stehen noch weitere Länder auf Ihrer Liste? Zu meinem Reiseplan gehören Frankreich, Italien und Spanien. Sieht großartig aus. Ich hoffe, Sie haben eine wunderbare Reise. Dankeschön. Ich freue mich darauf, die gesamte Kultur in mich aufzunehmen. Wenn Sie Tipps oder Hilfe benötigen, zögern Sie nicht, uns zu fragen. Du bist sehr nett, Michael. Da kann ich Ihnen zustimmen. Definitiv. Hab eine schöne Zeit in Deutschland, Mary. Danke Michael. Es war toll, mit dir zu plaudern. Gute Reise, Mary. Hab eine schöne Reise. Neues Gespräch. Guten Morgen Maria. Wie geht es dir heute? Guten Morgen Michael. Mir geht's gut. Danke. In Ordnung und du? Mir geht es gut. Danke. Hattest du ein gutes Wochenende? Ja. Habe ich. Ich ging mit meiner Familie in den Park. In Ordnung und du? Ich hatte ein entspanntes Wochenende zu Hause. Also. Mary. Hast du den Sitzungsbericht fertig? Noch nicht. Ich bin fast fertig. Ich brauche mehr Zeit. Kein Problem. Nehmen Sie sich Zeit. Aber versuchen Sie, wenn möglich, bis morgen früh damit fertig zu sein. Ich werde mein Bestes tun, um es bis dahin fertig zu haben. Großartig. Übrigens. Haben Sie schon von dem neuen Projekt gehört, dass wir nächsten Monat starten? Ja. Habe ich. Klingt aufregend. Leiten Sie dieses Projekt? Ja, ich bin es. Ich möchte, dass Sie Teil des Teams sind. Wären Sie interessiert? Auf jeden Fall Michael. Ich würde gerne an dem neuen Projekt teilnehmen. Wunderbar. Ich denke, dass Ihr Fachwissen eine wertvolle Bereicherung für das Team sein wird. Danke Michael. Ich freue mich darauf. Gibt es etwas Besonderes, das ich für das Projekt vorbereiten muss? Heute sende ich Ihnen die Details und die Einladung zum Treffen. Seien Sie einfach bereit, Ihre Ideen zu besprechen. Hört sich gut an. Ich kümmere mich um Ihre E-Mail. Großartig. Treffen wir uns später in dieser Woche noch einmal, um das Projekt genauer zu besprechen. Natürlich Michael. Ich werde für unser Treffen bereit sein. Neues Gespräch. Guten Morgen Maria. Wie geht es dir heute? Mir geht es gut, Michael. Danke für die Frage. In Ordnung und du? Haben Sie den von mir angeforderten Bericht fertiggestellt? Ja. Ich habe Ihnen vor ein paar Minuten eine E-Mail geschickt. Michael. Wir haben um 3 Uhr nachmittags ein Treffen mit dem Kunden. Oh. Das habe ich vergessen. Lassen Sie mich meinen Zeitplan überprüfen. Mary. Kannst du mir mit dieser Tabelle helfen? Ich habe ein Problem. Natürlich komme ich vorbei und schaue mir das an. Michael. Reiche deine Spesenabrechnung unbedingt bis Freitag ein. Danke für die Erinnerung, Mary. Ich werde es heute tun. Mary. Hast du meine Kaffeetasse gesehen? Ich kann nicht finden. Ich glaube, es ist in der Küche. Ich habe es heute Morgen dort gesehen. Michael. Der Drucker hat wieder kein Papier mehr. Können Sie nachfüllen? Klar. Ich kümmere mich sofort darum. Mary. Weißt du, wo Büromaterial aufbewahrt wird? Ja. Sie sind im Versorgungsraum am Ende der Halle. Michael. Der Chef möchte uns in seinem Büro sehen. Ich frage mich, worum es geht. Lass uns gehen und es herausfinden. Mary. Kommst du heute zum Teamessen? Ja, ich werde da sein. Wie spät ist es nochmal? Neues Gespräch. Hallo Mary. Wie geht es dir? Hallo Michael. Mir geht es gut. Danke. Wie geht es dir? Mir geht es auch gut. Vielen Dank. Du warst gestern nicht in der Schule. Warum bist du gekommen? Ja. Ich war krank. Ich ging zum Arzt und er sagte mir, ich brauche etwas Ruhe. Gute Besserung Michael. Geht es dir heute besser? Ja. Mir geht es viel besser. Dankeschön. Wann kann ich wieder Fußball spielen? Mein Arzt sagte, ich könne nach ein paar Ruhetagen wieder spielen. Planen wir also, das Wochenende im Parkfußball zu spielen. Tolle Idee. Mary, wir sehen uns dieses Wochenende. Neues Gespräch. Hallo Maryam. Wie geht es dir? Hallo Michael. Mir geht es gut. Danke. In Ordnung und du? Nicht schlecht. Danke der Nachfrage. Sind Sie mit der Arbeit beschäftigt? Oh ja. Es war in letzter Zeit ziemlich hektisch. Wie läuft Ihr Geschäft? Er war zu beschäftigt. Das neue Projekt nimmt viel Zeit in Anspruch. Ich hatte davon gehört. Geht es gut? Es ist schwierig. Aber wir machen Fortschritte. Wie geht's deiner Familie? Gut danke. Meine Tochter hat gerade mit dem College begonnen. Die Zeit vergeht wie im Flug. Oder? Mein Sohn ist auch im College. Wirklich? Wie hat es dir gefallen? Es scheint ihm Spaß zu machen, neue Freunde zu finden und so. Das ist schön zu hören. Lass uns unsere Getränke bestellen. Ja? Auf jeden Fall brauche ich jetzt ein schönes Getränk. Was wird es für dich sein, Michael? Ich nehme bitte einen Whisky. Ich gehe mit einem Glas Weißwein. Prost! Prost! Mary! Hier zum Austauschen und Entspannen. Neues Gespräch. Hey Mary! Hast du den neuen Stundenplan gesehen? Nein! Das habe ich nicht. Michael! Haben Sie Änderungen vorgenommen? Ja! Unser Psychologieunterricht beginnt nun um 9 Uhr statt um 10 Uhr. Das hat mir gut getan. Ich bin morgens produktiver. Ich bemerkte. Ich bin eifersüchtig auf dich. Ich bin kein großer Morgenmensch. Möglicherweise müssen Sie sich an einen neuen Schlafplan gewöhnen. Vielleicht. Mir ist auch aufgefallen, dass unsere Geschichtsstunde am Mittwoch ausgefallen ist. Wirklich? Wovon? Der Professor wird an einer Konferenz teilnehmen. Interessant. Dadurch haben wir mehr Zeit zum Lernen für die nächste Prüfung. Ja. Ich stimme zu. Übrigens. Hast du schon angefangen, für unseren Mathe-Test zu lernen? Noch nicht. Aber ich habe vor, heute Abend anzufangen. Ich auch. Die Themen sind dieses Mal recht anspruchsvoll. Ich stimme zu. Mathematik ist nicht meine Stärke. Wenn Sie möchten, können wir auch gemeinsam lernen. Klingt nach einer tollen Idee, Michael. Wir könnten uns gegenseitig helfen. Perfekt. Treffen wir uns nach unserem Englisch-Unterricht in der Bibliothek. Klar. Bis später. Michael. Neues Gespräch. Guten Morgen Maria. Wie läuft alles? Guten Morgen Michael. Die Dinge laufen gut. Ich arbeite an den Softwareanforderungen. Das ist schön zu hören. Haben Sie Fortschritte gemacht? Ja. Ich habe die grundlegenden Anforderungen dargelegt. Aber ich benötige Ihr Feedback zu einigen Punkten. Natürlich helfe ich gerne weiter. Was willst du? Zunächst muss ich die Zielgruppe dieser Software kennen. Unsere Zielgruppe sind vor allem kleine Unternehmen. Ich verstehe als nächstes benötige ich eine Klarstellung zum Budget für dieses Projekt. Wir haben ein Entwicklungsbudget von 100.000 US-Dollar. Perfekt. Lassen Sie uns nun den Zeitplan besprechen. Was ist unsere Frist? Innerhalb von drei Monaten sollten wir einen funktionierenden Prototyp haben. Drei Monate. Okay. Ich werde meinen Plan entsprechend gestalten. Großartig. Kommen wir zu den Funktionen. Was sind die Must-Haves? Wir benötigen Benutzer-Authentifizierung, Datenspeicherung und Berichtsfunktionen. Was ist mit Must-Haves? Es wäre schön, eine Integration mit Tools von Dritternbietern und einen mobilen Zugriff zu haben. Okay. Lasst uns zuerst das Wesentliche priorisieren. Annahme. Ich werde mit der Arbeit an den detaillierten Spezifikationen beginnen. Großartig. Wir sollten auch die Skalierbarkeit für zukünftiges Wachstum berücksichtigen. Ja. Wir werden die Architektur unter Berücksichtigung der Skalierbarkeit entwerfen. Gibt es noch etwas, das wir besprechen sollten? Ja. Wir sollten regelmäßige Fortschrittsbesprechungen abhalten. Um den Überblick über unsere Meilensteine zu behalten. Gute Idee. Wie wäre es mit einem wöchentlichen Status-Update-Meeting? Wöchentlich hört sich gut an. Ich werde unser erstes Treffen für nächsten Montag planen. Es sieht aus wie ein Plan. Danke Maria. Danke Michael. Ich beginne mit dem Anforderungsdokument. Perfekt. Lassen Sie uns dieses Projekt zum Erfolg führen. Neues Gespräch. Guten Morgen Maria. Wie war Ihr Flug? Hallo Michael. Der Flug verlief reibungslos. Danke. Und bei dir? Es war toll. Es gibt keine Verzögerung. Verzögerung. Hatten Sie Probleme, Ihr Gepäck zu finden? Nein. Es ist alles gut gelaufen. Was ist mit dir? Haben Sie aufgegebenes Gepäck? Diesmal ist es nur ein Carry. Es macht die Dinge einfacher. Werden Sie längere Zeit in London bleiben? Ich werde eine Woche hier sein. Geschäftstreffen und eine kleine Reise. In Ordnung und du? Ich habe einen kurzen Zwischenstopp vor meinem Anschlussflug. Wo wohnst du? Ich habe ein Hotel im Stadtzentrum gebucht. Was ist mit dir? Ich werde heute Abend im Flughafenhotel sein. Vielleicht können wir uns irgendwann diese Woche zum Abendessen treffen? Klingt großartig. Michael. Teilen wir unsere Zahlen mit, damit wir etwas planen können. Klar. Hier ist meine Karte. Lassen wir uns nicht abkühlen. Hab eine schöne Reise. Du auch? Michael. Sichere Reise. Neues Gespräch. Hallo Mary. Wie geht es dir heute? Hallo Michael. Mir geht's gut. Danke. In Ordnung und du? Ich bin auch gut. Waren Sie in letzter Zeit beschäftigt? Ja. Ich bin ziemlich beschäftigt bei der Arbeit. Und du? Ich hatte auch viele Treffen. Was machst du beruflich? Ich bin Manager in einem kleinen Unternehmen. In Ordnung und du? Ich bin auch Manager. Allerdings in einem größeren Unternehmen. Das klingt überzeugend. Was gefällt Ihnen an Ihrem Job am besten? Es macht mir Spaß, Probleme zu lösen und mit meinem Team zusammenzuarbeiten. In Ordnung und du? Ich liebe es, meinem Team zu helfen, zu wachsen und seine Ziele zu erreichen. Das ist schön zu hören. Habt ihr Pläne für das Wochenende? Nicht wirklich. Ich ruhe mich nur zu Hause aus. In Ordnung und du? Ich werde meine Familie besuchen. Wir haben ein kleines Treffen. Das hört sich gut an. Zeit mit der Familie ist wichtig. Ja, genauso. Es war schön, dich zu unterhalten. Mary. Du auch? Michael. Habe ein schönes Wochenende. Neues Gespräch. Hallo Mary. Wie läuft alles? Hallo Michael. Mir geht's gut. Danke. In Ordnung und du? Mir geht es gut. Danke. Waren Sie in letzter Zeit bei der Arbeit beschäftigt? Oh. Du weißt wie. Immer beschäftigt. In Ordnung und du? Haben Sie große Projekte? Ja. Wir arbeiten an einem neuen Kundenvorschlag. Ziemlich zäh. Das klingt interessant. Kann ich dir ein Getränk kaufen? Klar. Ich trinke bitte ein Bier. Großartig. Ich trinke ein Glas Wein. Danke. Sind Sie in letzter Zeit irgendwo hingereist? Nicht so schnell. Aber ich plane nächsten Monat eine Reise nach Europa. Europa? Klingt gut. Haben Sie bestimmte Orte im Sinn? Ich werde von Paris aus starten und noch ein paar weitere Städte besuchen. Paris ist schön. Ich war letztes Jahr dort. Verpassen Sie nicht den Eiffelturm. Das werde ich nicht. Übrigens. Wie geht es deiner Familie? Es geht Ihnen gut. Danke der Nachfrage. Und bei dir? Allen geht es gut. Mein Sohn hat gerade sein Studium abgeschlossen. Wir gratulieren ihm. Das ist ein großer Erfolg. Dankeschön. Es war eine Reise. Die Zeit vergeht wirklich wie im Flug, oder? Es ist sicherlich. Habt ihr Pläne für das Wochenende? Lass uns etwas ausruhen. Vielleicht können wir uns einen Film ansehen. In Ordnung und du? Ich gehe am Samstag mit meinen Freunden spazieren. Scheint eine tolle Möglichkeit zu sein, das Wochenende zu verbringen. Es sollte Spaß machen. Wir lieben die Natur. Genieße deinen Spaziergang, Mary. Danke Michael. Genießen Sie auch Ihren Filmabend. Wird machen. Bis bald. Definitiv. Guten Abend. Du auch. Maria. Tschüss. Tschüss Michael. Neues Gespräch. Hallo Mary. Wie war dein Tag? Hallo Michael. Es war in Ordnung. Danke. Du. Nicht schlecht. Den größten Teil des Tages verbrachte ich in der Bibliothek. Wirklich? Du scheinst immer sehr beschäftigt zu sein. Was hast du studiert? Ich habe für meinen Mathe-Test gelernt. Sehr schwierig. Ja, ich weiß was du meinst. Letztes Semester hatte ich Schwierigkeiten im Mathematikunterricht. Haben Sie einen Rat, wie ich effektiv lernen kann? Was mir geholfen hat, war, Probleme immer wieder zu lösen. Ich habe auch versucht, die Konzepte zu verstehen, anstatt mir die Formeln zu merken. Das sieht nützlich aus. Ich habe mich zu sehr auf das Auswendiglernen konzentriert. Vergessen Sie auch nicht, eine Pause einzulegen. Es ist gut für Ihr Gehirn. Gibt es Bücher, die Sie empfehlen würden? Sie können, Math Illuminated, ausprobieren. Es erklärt die Konzepte auf einfache Weise. Ich werde es prüfen. Danke, Maria. Es ist okay. Michael. Hast du heute noch andere Lektionen? Ja. Ich habe später eine Geschichtsstunde. Wer ist Ihr Professor? Professor Wilson. Hast du ihn gehört? Ja. Ich habe letztes Jahr an seinem Kurs teilgenommen. Er hat eine große Leidenschaft für Geschichte. Ja. Das ist mir auch aufgefallen. Es macht den Unterricht interessanter. Definitiv. Übrigens. Machst du dieses Wochenende irgendetwas? Nicht wirklich. Ich bin offen für Pläne. Wovon? Wir haben eine Lerngruppe in der Bibliothek. Möchtest du uns beitreten? Es wäre toll. Wann geht es los? Los geht es um 14 Uhr. Wir lernen zwei Stunden. Dann machen wir eine Pause. Es passt zu mir. Ich werde da sein. Großartig. Mit dir wird es dort mehr Spaß machen. Danke. Bis dann. Mary. Bis später. Michael. Neuer Vortrag. Guten Morgen Maria. Was für ein wunderschöner Tag in Deutschland. Guten Morgen Michael. Ja. Die Sonne scheint. Perfekt zum Erkunden. Sollen wir zuerst das Schloss besichtigen? Das klingt nach einer großartigen Idee. Ich habe gehört. Es ist atemberaubend. Definitiv. Danach können wir authentische deutsche Küche probieren. Ich kann es kaum erwarten, einige traditionelle Gerichte zu probieren. Sauerbraten und Bagels sind ein Muss. Vergessen Sie nicht die Schwarzwälder Kirschtorte. Sicherlich. Es ist nicht ohne Grund weltberühmt. Ich bin so froh, dass wir uns entschieden haben, unseren Urlaub hier zu verbringen. Ich auch. Deutschland hat so viel Geschichte und Kultur zu bieten. Apropos. Haben Sie sich historische Touren angeschaut? Ja. Heute Nachmittag gibt es eine Führung durch die Altstadt. Es klingt faszinierend. Ich würde gerne die Geschichte der Stadt erfahren. Und die Architektur hier ist einfach atemberaubend. Ist es wirklich? Der Mix aus Alt und Neu ist sehr interessant. Und auch die Weihnachtsmärkte werden bald eröffnet. Ich kann mir die Festival-Atmosphäre schon vorstellen. Es ist eine der besten Zeiten, um die deutsche Kultur kennenzulernen. Ich freue mich schon sehr darauf. Haben Sie Ihre deutschen Sätze aufgefrischt? Ein wenig. Guten Morgen. Danke. Bitte. Das ist ein guter Anfang. Die Leute schätzen die Mühe. Ich hoffe, ein paar freundliche Einheimische zu treffen. Die Deutschen sind für ihre Gastfreundschaft bekannt. Ich habe gehört, dass die öffentlichen Verkehrsmittel ausgezeichnet sind. Ja. Es ist sehr effektiv und einfach zu navigieren. Dies wird unsere Reise einfacher machen. Wenn wir Rat brauchen, können wir jederzeit fragen. Das ist wahr. Einheimische kennen normalerweise die besten Orte. Außerdem begeistern mich malerische Zugfahrten. Die Aussicht hier soll spektakulär sein. Besonders in ländlichen Gebieten und entlang von Flüssen. Wir müssen unsere Kameras mitbringen. Definitiv. Wir werden diese Erinnerungen verewigen wollen. Apropos. Haben Sie die Wettervorhersage überprüft? Ja. Es sieht so aus, als würde es in den nächsten Tagen klar werden. Das ist toll. Sie müssen sich keine Sorgen über Regen machen. Und die Temperaturen sind auch ziemlich angenehm. Ideal für Spaziergänge in Parks und Gärten. Botanische Gärten sollen wunderschön sein. Ich kann es kaum erwarten, die verschiedenen Pflanzen zu sehen. Und Museen sind voller Geschichte und Kunst. Ich habe gehört, dass die Kunstszene in Deutschland lebendig ist. Ja. Insbesondere in Städten wie Berlin und München. Für ein paar Museumsbesuche müssen wir uns Zeit nehmen. Definitiv. Es wird eine großartige Möglichkeit sein, die Kultur kennenzulernen. Ich hoffe auch, einzigartige Souvenirs zu finden. Märkte werden ein guter Ort zum Anschauen sein. Vielleicht stoßen wir auf ein paar versteckte Schätze. Das ist immer der spaßige Teil des Erkundens. Und die Sprachbarriere sollte keine allzu große Herausforderung darstellen. Die meisten Leute hier sprechen ziemlich gut Englisch. Es war eine Erleichterung. Es wird die Fortbewegung erleichtern. Außerdem ist es eine tolle Gelegenheit, etwas Deutsch zu lernen. Definitiv. Ich hätte gerne noch ein paar Sätze. Es wird immer geschätzt, wenn man versucht, die Landessprache zu sprechen. Ich stimme zu. Es zeigt Respekt vor der Kultur. Mary, es sieht so aus, als hätten wir einen wundervollen Urlaub vor uns. Auf jeden Fall Michael. Ich kann es kaum erwarten, mit der Erkundung zu beginnen. Neues Gespräch. Guten Morgen Maria. Wie geht es dir heute? Mir geht es gut. Danke Michael. In Ordnung und du? Mir geht's gut. Danke. Haben Sie im Laden alles gefunden, was Sie brauchen? Ja. Habe ich. Ich habe etwas Obst und Gemüse gekauft. Das ist toll. Ich habe auch Snacks für das Büro gekauft. Apropos Büro. Wie läuft es? Wir waren in letzter Zeit sehr beschäftigt. Aber wir schaffen es. Gut zu hören. Habt ihr übrigens schon den neuen Kaffee hier probiert? Nein. Habe ich nicht. Ist es eine gute Sache? Ja. Es ist wirklich gut. Du solltest es versuchen. Danke für den Rat. Haben Sie den Verkaufsbereich gesehen? Ja. Ich habe es überprüft. Es gibt einige gute Angebote da draußen. Großartig. Ich werde einen Blick darauf werfen, bevor ich gehe. Vergessen Sie nicht, auf dem Weg nach draußen Brot zu kaufen. Danke, dass du mich erinnert hast. Ich habe es fast vergessen. Kein Problem. Brauchen Sie noch etwas von hier? Ich glaube, ich habe alles. Gehen wir zum Safe. Hört sich gut an. Ich werde zuerst gehen. Natürlich werde ich hier auf dich warten. Alles okay. Jetzt bist du dran. Danke, Maria. Ich werde schnell sein. Lass dir Zeit. Wir treffen uns draußen, wenn sie fertig sind.